Wird Ethereum an die 10k-Marke rankommen? Das alte Allzeithoch durchbrechen und sich dann jetzt, stand jetzt, glaube ich, grob verdreifachen? Passiert das und wenn ja, dann wann? Ethereum hinkt hinterher. Während Meme-Coins wie Pepe, Peanut und selbst totgeglaubte Alltimer wie Stellar in der vergangenen Woche mit enormen Kurszuwechselpunkten, ist Ether weiterhin meilenweit von seinem einstigen Allzeithoch entfernt. Warum das so ist und ob Ethereum das Potenzial hat, auf die viel besungenen 10.000 US-Dollar zu steigen, sprechen wir in diesem Podcast. Heute ist Montag, der 18. November 2024. Mein Name ist Johannes Max-Waite, bin Redakteur bei BTC Echo und mir zugeschaltet ist heute ausnahmsweise Jan Heinrich Mayer. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch aus dem etwas älteren Invest-Folgen mit Stefan und wer nicht, der kennt jedenfalls seine Stimme, denn Jan ist unsere BTC Echo Station Voice. Herzlich willkommen zurück im Podcast, Jan. Ja, hi Johannes. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Es ist wirklich lange her. Ich glaube fast zwei Jahre, wenn ich das richtig überschlagen habe. Und ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich ein kleines bisschen aufgeregt. Zum einen natürlich wegen dem, was da draußen am Markt passiert ist, aber auch, weil, wie gesagt, Podcast schon ein kleines bisschen her ist bei mir. Und dann kennen wir beide uns eigentlich auch gar nicht richtig, glaube ich, bisher. Und deswegen bin ich auch noch ein bisschen aufgeregt. Und da habe ich dann auch direkt meine erste Frage an dich. Wie viel Ether hast du eigentlich im Portfolio? Wow. Zeig mir dein Portfolio und ich sage dir, wer du bist. Sozusagen, ich habe tatsächlich mehr als 50 Prozent Ethereum in meinem Portfolio. Wer meine Artikel liest oder wer mich kennt auf Twitter etc., der weiß, dass ich ziemlich bullisch auf Ethereum bin. Und deswegen vielleicht hier der kleine Disclaimer, dass bei mir ein kleiner Bias existiert. Aber ich bin natürlich auch sehr kritikfähig und in der Lage, Ethereum rational und kritisch zu betrachten. Das ist gut, das ist gut. Bei mir sind es also 50 Prozent erstmal, wow, das ist definitiv bullisch. Bei mir sind es aktuell so rund 20 Prozent, aber das war auch schon mal mehr. Und das liegt natürlich an der Verschiebung, die wir durch die gestiegene BTC-Dominanz gesehen haben. Und ich überlege immer mal, soll ich jetzt ein Rebalancing machen? Ich hodle ja eher und trade wenig. Und dann kommt mir aber wieder so die Haltefrist in den Kopf und ich denke mir, wenn ich jetzt ein Rebalancing mache und dann tatsächlich Mitte nächsten Jahres vielleicht das Cycle Top erreicht ist mit Referenzierung auf die Geldmenge M2, dann habe ich natürlich Steuern wieder an der Hacke. Ist das richtig, das zu tun oder nicht? Und ich hoffe mir oder er hoffe mir von dieser Folge eigentlich, dass ich da vielleicht eine Antwort bekomme und rausfinden kann, ob so ein Rebalancing jetzt für mich und auch vielleicht für euch da draußen Sinn machen könnte oder ob es besser ist, das zu lassen. An dieser Stelle möchten wir uns wie immer noch kurz für die vielen guten Bewertungen bedanken. Und wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann ist jetzt auf jeden Fall die perfekte Gelegenheit dazu. Ich warte kurz, geh mal einfach mit dem Finger auf die, genau da bei Spotify, 5 Sterne, einmal kurz draufklicken. Vielen lieben Dank dafür und für diejenigen, die uns jetzt bei YouTube sehen und nicht bei Spotify hören, lasst uns gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. So, da das jetzt aus dem Weg ist, starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Und man kann sagen, allgemein zeigt sich der Kryptomarkt weiterhin recht euphorisch und sorgt sogar an überraschenden Stellen für satte Kursgewinne. Also angeführt wird die lange Liste der Top 100 Coins von, ich glaube das haben wirklich alle da draußen mitbekommen, Peanut the Squirrel mit 262% Wachstum, dann dem Token von Mantra, also TKOM mit 196% plus und dem, ja vorhin schon angesprochenen Stellar. Da war ich persönlich ganz schön überrascht, dass da nochmal so viel Bewegung reinkommt mit satten 120%. Aber Johannes, hol uns doch nochmal ab, was ist denn da draußen sonst noch so los gewesen? Ja, erstmal muss man ja auch sagen, dass wir total verwöhnt sind im Kryptospace, wenn wir hier dreistellige Gewinne in einer Woche machen. Das hat man auf jeden Fall an der Börse nicht. Ja, bei Peanut, das Eichhörnchen, das sorgt halt immer noch für ziemlich viel Freude unter den Anlegern. Es profitiert quasi noch von seinem Binance-Listing von vor zwei Wochen und hat ja sozusagen einen neu gefundenen Status als Dogecoin-Nachfolger. Viele spekulieren da, dass Peanut auf 10 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung steigen könnte. Und ja, wenn wir uns da den Monatschart so angucken, dann sieht das erstmal nach einer Konsolidierung aus. Das ist dann immer die Frage, in welche Richtung das danach weitergeht. Ich sag mal, wenn der Meme-Coin-Hype so weitergeht, wie er aktuell zu sehen ist, dann bin ich mir recht sicher, dass auch Peanut noch neue Höhen erreichen kann. Die Meme-Coin-Saison ist nämlich in vollem Gange. Bekanntesten Memes performen ziemlich gut. Darunter halt auch Bonk, Pepe, Floki und Brett. Also das sind so die altbekannten Namen und auch die haben zweistellige Kursgewinne, teilweise über 50 Prozent in dieser Sieben-Tages-Lang-Liste. Ich würde sagen, der Markt ist längst wieder im Zockermodus angekommen. Sag mal, hast du selber Meme-Coins? Also bist du in Meme-Coins investiert? Ich habe da gerade heute Vormittag noch mit Nikolas drüber gesprochen. Ja, man kann gar nicht nicht in Meme-Coins investiert sein zu diesem Zeitpunkt im Markt. Tatsächlich aber keine von denen hier. Die sind mir zu groß mittlerweile, muss ich tatsächlich sagen. Ich versuche mich da an deutlich kleineren, aber welche werde ich jetzt hier auch nicht nennen. Ja, ich habe da wie immer schon die Finger von gelassen. Mir ist das viel zu unberechenbar. Ich bin irgendwann, ich glaube, das ist schon drei Jahre her, über den Hamburger Hauptbahnhof gelaufen und da war dann auf den großen Video-Walls Werbung für Floki damals. Und ich habe gedacht, nein, ihr seid alle wahnsinnig. Das ist viel zu crazy. Aber wahrscheinlich viel Geld auch liegen gelassen an der Stelle. Möglicherweise aber auch einfach welches nicht verbrannt. Egal, aber das so als kleiner Ausflug vielleicht. Was ist denn außer Meme-Coins noch so los gewesen? Ja, Mantra ist auch überraschend stark gestiegen. Besser gesagt, der OM-Token. Die haben sich dieses ganze Religiöse irgendwie zu eigen gemacht in ihrer Marke. Tatsächlich handelt es sich hier aber um eine Layer-1-Blockchain, die sich auf die Real-World-Asset-Tokenisierung spezialisiert. Und ja, die Chain zeichnet halt so Sachen aus wie 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Also sie soll sehr leistungsfähig sein und halt auch sehr compliant. Also hat eigene On-Chain-KYC-Verfahren und auch sowas wie eine dezentrale Identität, über die Anleger sich dann halt identifizieren können oder Nutzer auf der Chain. Soll so ein bisschen gewährleisten, dass man hier reale Nutzer hat und nicht etwa nur Bots, die auf dieser Chain zu Hause sind. Und ja, also dieses Kurswachstum, das kam ziemlich aus dem Nichts. Ich habe Mantra so ein bisschen früher verfolgt, aber in letzter Zeit eher weniger. Und es könnte sich aber hier tatsächlich darum, oder es wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass die Real-World-Asset-Tokenisierung in den nächsten Monaten jetzt auch mit Donald Trumps Wahl in den USA an Bedeutung gewinnen könnte. Denn mit dieser erwarten sich halt auch viele regulatorische Klarheit in den USA. Gary Gensler, der jetzige SEC-Chef, der wird ja gemunkelt, dass der demnächst geht und durch eine Pro-Cupo... Oder gegangen wird, ne? Oder gegangen wird tatsächlich. Ob Trump ihn persönlich feuern kann, so einfach ist das Ganze dann nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er zurücktritt. Da habe ich auch schon mit ein, zwei Unternehmen in den USA gesprochen. Und ja, ich würde sagen, die Anleger scheinen halt auch darauf zu spekulieren, dass eben diese Real-World-Asset-Tokenisierung Anfahrt gewinnen wird und demnach dann auch die Mantra Blockchain, würde ich sie nennen. Und hier fügt sich scheinbar auch alles. Also ich habe mir auch mal so die Ereignisse in den letzten Wochen angeguckt. Das Mainnet der Blockchain, der startete jetzt Ende Oktober. Das heißt, sie ist jetzt erstmal voll funktionsfähig und auch bereit für diese Adoption durch Institutionen. Wenig später gab es dann halt auch noch einen Airdrop. Und Airdrops sorgen bekanntlich auch immer für einen kleinen Hype. Und ja, genau diese Welle scheint Mantra jetzt so ein bisschen zu reiten. Wenn wir uns die Tokenomics auch anschauen, bei vielen Token am Markt ist es ja so, dass hier noch erstmal Token freigeschaltet werden, um dann möglicherweise dann auch irgendwie diese Bestände zu verwässern. Und bei Mantra ist das halt eben nicht der Fall. Hier ist ein Großteil des Angebots bereits zum Traden verfügbar. Und wenn ich das Ganze jetzt auch noch so aus technischer Sicht anschneiden würde, dann sehe ich halt auch, dass der Ausbruch gewissermaßen vorprogrammiert war. Denn Mantra hat sich im ganzen Jahr über ziemlich gut gehalten, immer wieder höhere Hochs eingelegt. Und da war eigentlich so ein bisschen klar, dass es einer von den Coins sein könnte, dass wenn diese Bullenstimmung wieder zurückkommt, die uns ja im Sommer so ein bisschen gefehlt hat, dass auch Mantra gut performen könnte. Diese ganze RWA-Geschichte hat ja auch so ein bisschen auf sich warten lassen. Wir hatten neulich eine ganz interessante Veranstaltung bei uns im Netzwerk von BTC Echo. Und da ging es eben auch um dieses Thema RWA-Tokenisierung. Und ich glaube, alle, die so in dieser Branche arbeiten und agieren, sehen da immer noch ein wahnsinniges Potenzial. Und vielleicht kommt das dann jetzt demnächst einfach zu tragen, wie du gerade schon gesagt hast, durch neue regulatorische Rahmenbedingungen. Also das bleibt auf jeden Fall ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Ein Projekt, an dem ich so ein bisschen eigentlich Interesse verloren hatte zwischendurch, war das Stellar. Ich weiß gar nicht, ob Tod gesagt leben länger da überhaupt, also ob das dem eigentlich gerecht wird. Ich habe einfach super lange nichts mehr damit bekommen. Ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Und bei Stellar scheint sich das eher alles so einem größeren Trend unterzuordnen, nämlich das Comeback der 2017-Coins. Wenn wir uns nämlich auch so die Dangliste angucken, wer da sonst noch mit dabei ist. Also ich habe da gesehen, Ripple natürlich irgendwie auch 106 Prozent in einer Woche hingelegt. Tron, VeChain, Litecoin, aber auch Cardano. Das sind alles diese Coins, die in dem Bullrun 2017 besonders beliebt waren. Und die haben aus dem Nichts in der letzten Woche irgendwie ein krasses Comeback hingelegt. Das heißt, auch Stellar wird in dieser Hinsicht profitiert haben. Ja, wobei bei ADA, glaube ich, gar nicht so unbedingt nur die 2017-Nummer dahinter steckt, sondern auch diese scheinbaren oder möglichen Verbindungen. Ich glaube, da wurde super viel reininterpretiert, was gar nicht da war, von Hoskinson in Richtung Trump-Regierung. Genau, ja, ich habe mich auch damit ein bisschen näher beschäftigt. Es sind tatsächlich seine Aussagen, die den Kurs da vorantreiben. Er hat gesagt, dass er mit der US-Regierung, mit der künftigen Zusammenarbeiten möchte. Das hat erst mal impliziert, dass er da auch schon... Möchte. Möchte, genau. Dass er dann auch schon irgendwie eine Position bekleiden wird und so weiter. Er hat jetzt auch in seinem weiteren Podcast bestätigt, dass er da in Gesprächen ist, aber es hat sich halt eben noch nichts Konkretes ergeben. Trotzdem, wir kennen das, wird darauf spekuliert, dass er dann auch eine große Position in der Regierung bekleidet. Ja, aber generell, wenn ich so in den Space gucke, also der gesamte Altcoin-Markt beginnt sich jetzt auch so langsam in Bewegung zu setzen. Das sieht man auch ganz gut an dem Total-3-Chart. Also der zeigt eigentlich nur die Marktkapitalisierung ohne Bitcoin und Ethereum, also die zwei größten Coins. Und ja, hier sehen wir halt eine richtig schöne, große grüne Kerze. Noch in diesem Jahr hatte man ein Hocherreicht von 774 Milliarden US-Dollar. Das war so der vorübergehende kleine Top. Und das haben wir jetzt mittlerweile wieder überschritten. Und wir steuern jetzt quasi auf unser altes Allzeithoch bei 1,1 Billionen US-Dollar. Das sind dann im amerikanischen, das sind im englischsprachigen Trillion Dollar. Und ja, auch wenn wir uns so den Altcoin-Season-Index anschauen, der signalisiert immer so ein bisschen, ja, was für eine Phase wir uns eigentlich gerade befinden, sind wir eher so Bitcoin-lastiger oder dominieren die Altcoins. Und auch da geht es so langsam bergauf. Also wir sind da noch tatsächlich in einer Bitcoin-Season, nennt sich das Ganze dann, aber mit Werten von 39. Wenn wir jetzt weiter hochsteigen, und ich sage mal so bei 50 ist diese Schwelle überschritten, wo man sagen würde, okay, wir kommen jetzt langsam in die Altcoin-Season-Line. Wechsel, ja. Genau, und dann halt bei Werten über 75 ist man dann in dieser absoluten Hochphase, wie man sie vielleicht aus 2021 kennt. Was ich jetzt an der Stelle sagen würde, ist also, dass Altcoins sich erst so wirklich aufwärmen. Das heißt, wer jetzt hier neu dazustößt, die ganzen Gewinne am Markt sieht und sich fragt, okay, das ist schon ziemlich krass, soll da dann überhaupt noch was kommen? Im Vergleich zu dem, was wir sonst aus dem Altcoin-Sektor kennen, ist das wirklich erst der Anfang. Ja, also grob kann man glaube ich sagen, alles grün am Kryptomarkt und die Lampen bleiben auch weiter grün. Selbst die Oldie-Coins, wie du sie gerade ja angesprochen hast, aus 2017, erwachen so ein bisschen aus dieser Versenkung und legen da zweistellig, teilweise dreistellig sogar zu. Und eine Kryptowährung, die auch vor 2017 schon da war, scheint da aber jetzt noch nicht so ganz mitzuziehen. Und diese, ich sag mal, Party-Stimmung am Markt nicht so mitnehmen zu können wie alle anderen. Und das bringt uns dann auch schon zu unserem heutigen Thema, nämlich Ethereum. Und Ethereum ist, wie gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich würde mal sagen, so das Sorgenkind dieses aktuellen Bull-Markts. Weil während Bitcoin so das alte Allzeithoch längst hinter sich gelassen hat und sich eigentlich ja auch die ganze Zeit weiter nach vorne bewegt und andere Layer-One-Blockchains wie Solana oder SUI natürlich auch, jetzt gerade in den verletzten vergangenen Wochen, im absoluten Höhenflug befinden, tritt ja Ethereum nach Marktkapitalisierung immer noch so ein kleines bisschen auf der Stelle. Und wir wollen uns heute genau damit beschäftigen, warum Ethereum dem restlichen Markt da eigentlich so hinterherhinkt und ob Ether in diesem Zyklus noch an das alte Allzeithoch anschließen kann, das vielleicht auch durchbrechen kann und vielleicht sogar das Potenzial besteht, diese groß umsungenen 10.000 Dollar pro Ether zu erreichen. Johannes, was meinst du? Ja, ich denke mal zum Fazit kommen wir wahrscheinlich später. Wir gucken uns, glaube ich, erstmal an, wo sich oder wie sich diese Performance so manifestiert und ich glaube, der erschreckendste Chart in der Hinsicht ist der ETH-BTC-Chart. Also hier wird einfach Ethereum im Verhältnis zu Bitcoin gemessen. Man überlegt sich mal so, warum macht man das eigentlich? Naja, es hätte ja vielleicht besser sein können, Bitcoin zu kaufen oder halt Ethereum zu kaufen. Man will das ja immer irgendwie im Verhältnis abwägen, was macht die größte Kryptowährung am Markt? Ja, und da hat Ethereum tatsächlich ein neues Drei-Jahres-Tief hingelegt. Im Prinzip ist man hier seit dem Ethereum-Merge 2022 auf Talfahrt und obwohl es im Laufe dieses Jahres schon häufiger von Seiten vieler Krypto-, Twitter-Influencer, wie auch immer, die Aussage gab, dass Ethereum sich schnell erholen würde, zeigt dieser Chart tatsächlich nur in eine Richtung und zwar nach unten. Bedeutet im Prinzip, wer seit 2022 Ethereum hält statt Bitcoin, macht auf jeden Fall weniger Gewinne, als wenn man einfach Bitcoin gekauft hätte. Und ich finde das total verwundernd, weil ich gerade durch diese ganze Staking-Komponente, die dazugekommen ist mit dem Merch, das Gefühl hatte vorab oder auch eigentlich auch immer noch habe, dass das Interesse an Ether da eigentlich vehement hätte steigen müssen oder auch jetzt immer noch steigen müsste. Denn, also passives Einkommen ist, glaube ich, so eines der stärksten Buzzwords, die du anwenden kannst, wenn es in den Bereich Investment oder Vermögensaufbau und Co. geht. Und das ist ja genau das, was wir mit Staking jetzt bei Ethereum eigentlich haben können oder schon auch teilweise haben. Wie kannst du das erklären, dass das irgendwie noch nicht so richtig durchgeschlagen ist? Also wo liegt das Problem? Es gibt ja so zwei Ansichten. Zum einen gibt es ja immer diesen Glaubenskrieg zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Also Bitcoin, die Proof-of-Work-Chain. Ethereum und auch andere Altcoins jetzt eher auf Proof-of-Stake. Das ist so das neue Maß sozusagen. Und man hat schon damals gesagt, dass Ethereum einen Großteil seines Wertversprechens verlieren würde, wenn man quasi von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake switcht. Das haben vor allem Bitcoiner gesagt, aber auch Ethereum-Fans, die halt Ethereum gerade deswegen mochten, dass es quasi wie Bitcoin war, nur dass es mehr Programmierbarkeit bot. Funktionalitätsumfang einfach irgendwie kam. Genau, dass man halt die Smart-Contracts hatte, mit denen man sowas wie DeFi auch erzeugen konnte. Dann fiel das weg. Das heißt, auch für viele fiel damit der Investment-Case für Ethereum weg, weil für sie war es dann einfach nur eine weitere Proof-of-Stake-Chain. Und da kommen wir eigentlich auch zum nächsten. Durch diesen Switch zum Proof-of-Stake hat sich Ethereum plötzlich nicht mehr mit Bitcoin per se gemessen, sondern eben auch mit anderen Blockchains, die aber auf technologischer Ebene höhere Versprechen hatten. Also teilweise auch irgendwie modernere Technologie verbaut haben und dann auch für Anleger entsprechend reizvoller sind. Also das beste Beispiel ist hier Solana, die High-Speed-Blockchain. Bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde, einfache Anwendung, geringe Gebühren. Das war ja auch etwas, was Ethereum ganz lange geplagt hat. Wir erinnern uns alle zurück 2017, 2021. Man wollte einen Trade machen irgendwie on-chain und man hat dafür 50 Dollar bezahlt und das war total hirnlosig. Und auf Solana war das Ganze plötzlich möglich und zwar für wenige Cent und das in absoluter Hochleistung, wenn die Chain nicht offline gegangen ist. Das war ja auch immer so ein kleines Problem. Ganz genau, ja. Ich wollte es eigentlich schon einwerfen, weil Solana hatte so viele Schwierigkeiten gehabt und da war so oft irgendwie der Ofen aus zwischendrin, dass ich genau eigentlich das gar nicht verstehen kann, wieso man, ja okay, ist vielleicht einen Schritt weiter in der technologischen Entwicklung, aber gleichzeitig halt auch irgendwie risikoreicher. Aber so ist halt der Markt auch aufgebaut. Also Krypto ist und bleibt einfach irgendwie High-Risk und wenn da was in der Testphase steckt und das zwischendurch mal ausfällt, ja okay, komm, so what? Die Zukunft wird es dann richten, ist da glaube ich die Annahme der meisten Investoren. Auf jeden Fall und für dich als Alltagsnutzer ist es trotzdem wertvoller, wenn du diese Trades halt so günstig ausführen kannst, als wenn du trotzdem auf Ethereum unterwegs bist und die Chainswahl funktioniert, aber du irgendwie deine 50 Dollar pro Swap zahlen musst. Toll, ja. Aber ja, diese Präferenz für die bessere Technologie und so weiter, die zeigt sich dann auch entsprechend in dem Solana-Eth-Chart. Also hier ist es dann anders als bei Bitcoin und Ethereum. Hier wird Solana gemessen gegen ETH und hier hat Solana ganz eindeutig ein neues All-Time-High, ich glaube auch diese Woche sogar, eingelegt und ist hier eigentlich auch seit Oktober letzten Jahres nur am Steigen. Also das heißt, seit Oktober letzten Jahres präferieren viele Anleger Solana gegenüber Ethereum und auch das wird dann ein Grund sein, warum der Kurs von Ethereum irgendwie nicht so richtig keinen Auffind findet. Bei Solana ist es jetzt auch so, dass die Fundamentals immer dominanter werden. Also vor allem der Meme-Coin-Hype hat dazu geführt, dass das On-Chain-Volumen wächst, dass da mehr Gebühren erwirtschaftet werden. Und Meme-Coins sind so ein bisschen das, was im letzten Zyklus die NFTs für Ethereum waren. Wir erinnern uns, das hat ja mega Hype gegeben. Und allein, weil ganz viele von diesen NFTs auf Ethereum getradet waren, oder dass man die da gekriegt hat, hat dafür gesorgt, dass Ethereum, dass der Kurs auch gestiegen ist. Das Gleiche passiert jetzt so ein bisschen auf Solana. Ethereum hat derweil irgendwie kein so wirklich krasses Narrativ. Also so die NFTs schlafen und auch das Zugpferd DeFi, was ja eigentlich 2020 und 2021 auch so ein mega Ding war, das ist vor allem auch durch diese regulatorische Lage in den USA eher zum Stillstand gekommen. Und ja, das hätte ja sonst irgendwie auch für einen Hype gesorgt und hat es jetzt in diesem Fall tatsächlich nicht. Ja. Also NFTs schlafen, finde ich auch. Ich kriege irgendwie nichts mit. Wir haben aber neulich mal eine kleine SEO-Analyse gemacht und haben da gesehen, dass das Suchvolumen für NFT tatsächlich immer noch relativ hoch ist. Was mich total gewundert hat, weil eigentlich ja, also so richtig kriegt man nichts mit. Aber okay, also diese ganze Proof-of-Work- und Proof-of-Stake-Sache, das verstehe ich. Ich meine, das ist ja weit vor dem Merch schon viel diskutiert worden, was denn Vorteile, Nachteile, Zentralisierung und Co. irgendwie so sind. Und ich muss sagen, ich kann das persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, also sei es halt drum. Die Konkurrenz aus dem Proof-of-Stake-Bereich ist natürlich krass. Da hast du vollkommen recht. Und gerade Solana steht da aktuell enorm im Rampenlicht. Ich finde es super interessant, das Thema eigentlich mal tiefer auseinanderzunehmen. Also dieses Für und Wider beider Projekte einmal sich anzuschauen und so einen kleinen Vergleich anzustellen. Aber das ist wahrscheinlich jetzt für diese Runde ein bisschen viel und eher ein Thema für eine andere Folge. Und wenn euch da draußen das Thema auch interessiert, würde ich sagen, schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann, Johannes, schauen wir einfach, dass wir dazu nochmal eine Folge oder ein kurzes Video aufsetzen, oder? Absolut, ja. Okay, cool. Dann bleiben wir jetzt aber auf jeden Fall erst nochmal bei Ethereum. Denn obwohl die Konkurrenz da drückt, ist es jetzt ja nicht so, dass bei Ethereum da irgendwie nichts passiert. Also die sitzen da jetzt ja nicht rum und drehen Däumchen. Sind die Leute, die mit diesem Ökosystem irgendwie verbandelt sind? Denn seit dem Merch gab es da schon jetzt zahlreiche, so heißt das Wort, Updates. Und da steht ja auch demnächst wieder was an. Also nicht nur im Ökosystem, sondern eben bei der Chain selbst. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, das ist so ein bisschen die Tragödie, weil auf keiner anderen Chain oder keine andere Blockchain wird gerade so entwickelt wie Ethereum. Also wenn wir jetzt einmal kurz zurückgehen, der Merch ist abgeschlossen, Staking ist voll funktionsfähig und im März, April dieses Jahres gab es ja das letzte große Update. Das war Denkun und das hat ja dazu geführt, dass eben diese Gebühren zumindest auf den Layer-2-Netzwerken Ethereum um 99% reduziert wurden. Das heißt, dieses Argument, Ethereum ist mir zu teuer zur Nutzung, das gab es dadurch eigentlich nicht mehr. Und inzwischen sind die Layer-2s auch tatsächlich günstiger als Solana. Das heißt, auch hier konnte man Solana dann unterbieten. Das Update war tatsächlich sehr auf Skalierung fokussiert. Und das nächste Upgrade, was jetzt kommt, das soll, glaube ich, im ersten Quartal 2025 erscheinen. Auch da ist immer so ein bisschen fraglich, ne? Schaffen die das dann auch? Das ist das Pactra-Update. Und hier geht es primär um die Nutzerfreundlichkeit, also das, was wir auch vorhin angesprochen haben. Beziehungsweise, was sich auch bei DeFi viel ergeben hat, dass es ja dann so komplett neu und nischig war und für viele Leute so dieses... Ein bisschen stärkig in der Usability einfach, ne? Genau. Und das will man jetzt so mit diesem Update so ein bisschen bereinigen. Da will man sich ransetzen, beispielsweise durch so Sachen wie Smart Contract Wallets. Also man möchte die ganze Wallet-Interaktion auf der Blockchain irgendwie überarbeiten, dass diese ganzen Sachen, dass ein Nutzer sich gar nicht mehr darum kümmern muss. So habe ich genug Gas, also genug Ethereum in meiner Wallet, um überhaupt erstmal die Gebühren zu zahlen, selbst wenn ich nicht Ethereum traden will, sondern Undertalken. Auch will man irgendwie versuchen, dass DeFi-Apps generell leichter anzuwenden sind, dass sie für Alltagsnutzer, aber auch für TreadFi-Investoren irgendwie zugänglicher werden. Und das Ganze soll halt Ethereum einen großen Boost verschaffen. Ich glaube, gerade auch TreadFi braucht so diese Usability, ne? Also wenn man sich jetzt die Wege anguckt, wie die Leute sonst in diesem Bereich irgendwie agieren, ich glaube, da braucht es einfach irgendwie etwas, was ein bisschen zugänglicher gestaltet ist. Ja, absolut. Also es braucht irgendwie eine neue Schnittstelle zwischen Nutzer und Blockchain. Es wird halt auch viel gesagt, dass das zum Beispiel die KI irgendwann übernehmen könnte, dass die quasi smart genug ist, mit dieser Blockchain zu interagieren. Ich weiß aber halt auch, und das ist wieder das, was für Ethereum spricht, dass es sehr, sehr viele Entwicklungen gibt, die auch versuchen, irgendwie diese Nutzerfreundlichkeit auch unabhängig von diesem Upgrade zu verbessern, auch beispielsweise innerhalb der Layer 2, also dieses großen Ökosystems. Jetzt bei der Devcon in Bangkok, das war die große Ethereum-Entwicklermesse, da wurde auch ein neues, großes Upgrade angekündigt, beziehungsweise zumindest vorgeschlagen, erst mal die Beam-Chain. Das ist hier so ein ganz großer Plan zum Redesign der Blockchain. Stichwort hier lautet Ethereum 3.0. Der Merge war so etwas wie 2.0. 3.0 ist jetzt nicht die offizielle Version, sondern wurde halt von vielen so genannt. Und hier soll es dann zum Beispiel auch um die Verbesserung der Main-Chain gehen, also der Layer 1, wie wir Ethereum früher erkannten. Beispielsweise soll es einfacher sein, ein Validator am Netzwerk zu sein, man braucht nicht mehr 32 Ether, was da jetzt aktuell mehrere hunderttausend Dollar sind, sondern man braucht nur noch ein Ether, um dann quasi seinen eigenen Knotenpunkt zu betreiben, sich in diesem Netzwerk zu beteiligen und damit dann auch die Dezentralität von Ethereum zu stärken. Das ist die Frage, ob dadurch tatsächlich dann Dezentralität gestärkt wird oder ob es, ich glaube, der Großteil der User, also ich habe immer den Eindruck, die Zeit der Hardware-Wallets ist vorbei und des eigenen Coins verwahren. Ich glaube, ganz viele Leute lassen ihre Sachen einfach auf irgendwelchen Börsen rumliegen und staken dann dort, weil sie zu faul sind. Aber vielleicht wird auch genau das natürlich dann einfacher, sodass man diese Dezentralität auch über die Usability vielleicht gestrickt kriegt, weil ich glaube, nur von 32 auf einen runter, ja, das ist das eine, aber da muss, glaube ich, noch mehr drin stecken irgendwie, was den Nutzen für die Leute angeht. Aber da widersprechen dir die Daten tatsächlich. Also seit des FTX-Desasters hat sich gezeigt, dass Krypto-User oder viele Investoren ihre Coins, zumindest bei Bitcoin und Ethereum, sehr gerne von der Börse ziehen, lieber in die Eigenverwahrung bringen und die nicht auf einer Börse rumliegen lassen. Also der Bestand von Ether auf allen Kryptobörsen, das zeigen On-Chain-Daten, der ist auf einem Allzeittief und der sinkt auch immer weiter. Und der wird halt dann häufig gestaked. Die Sache ist nur, das machen die Leute dann eher individuell. Also sie setzen keinen Knotenpunkt auf, sondern sie delegieren ihre Coins halt an einen Knotenpunktbetreiber und staken dann darüber. Also dieses Staking, dieser ganze Prozess, ist ihnen zu komplex, beziehungsweise sie haben vielleicht auch nicht die 32 Ether, die es braucht, um einen Knotenpunkt zu betreiben, sondern halt ein, zwei vielleicht. Das ist ja auch schon viel Geld heutzutage. Genau, also muss ich dir tatsächlich widersprechen. Good to know, danke dir. Ja, aber zurück zu dieser Beam-Chain. Also hier geht es dann einfach nochmal darum, um eben diese Dezentralität zu stärken, aber halt auch die Blockproduktion zum Beispiel zu optimieren und auch neue kryptographische Elemente wie Zero-Knowledge-Proofs mit einzubringen, um eine Effizienzsteigerung zu schaffen. Also ich werde jetzt nicht in Detail auf diese Sachen eingehen, aber es soll einfach nochmal verdeutlichen, dass die Entwicklung bei Ethereum überhaupt nicht schläft. Also es geht hier nicht darum, dass wir einen Coin haben, der einfach keine Aktivität mehr zeigt, sondern neben dieser ganzen Entwicklung, die stattfindet, gibt es ja auch noch ein Layer-2-Netzwerk, das am Boomen ist. Die Adoption steigt so stark wie noch nie, würde ich sagen. Das Total Value Locked ist auf einem Höchststand. Die täglich aktiven Adressen, die wachsen kontinuierlich. Das heißt, hier ist Kapital oder riesiges Kapital auf diesem oder in diesem Ökosystem gebunden. Hier sind sehr viele aktive Nutzer. Auch Stablecoins werden sehr viel auf Layer-2-Netzwerken irgendwie getradet. Das heißt, das deutet auch immer darauf, dass es eine reale Nutzung gibt. Und auch immer mehr und mehr Institutionen nutzen Ethereum und dessen Layer-2-Netzwerke, zum Beispiel Coinbase, Kraken. Das sind jetzt zwei Beispiele aus dem Crypto-Space, aber auch außerhalb des Crypto-Space. Sony zum Beispiel hat bekannt gegeben, eine eigene Web-3-Layer-2 zu schaffen. Und auch WorldCoin, gut, das ist jetzt wieder so ein halbes Crypto-Projekt, aber auch irgendwie in den KI-Bereich eingebunden. Es gibt aber auch zum Beispiel Gerüchte darüber, dass BlackRock auch schon so ein bisschen überlegt, eine eigene Blockchain oder eine eigene Layer-2 für die eigenen Token-Tokenisierungsambitionen zu starten. Genau, und eine Sache, auf die immer wieder zu weisen ist, ist halt irgendwie die große Entwicklerzahl, also die Zahl der aktiven Entwickler, die an Ethereum arbeiten, an Ethereum als auch den Layer-2-Projekten. Und das ist, glaube ich, auch ein mehrfaches mehr als bei Solana, Sui oder anderen Layer-1-Blockchains. Er hat natürlich auch mehr Zeit, irgendwie so diese Community aufzubauen. Ja, das stimmt. Aber auch trotzdem noch, dass viele Leute Interesse haben, auf Ethereum zu bauen. Also man nennt das auch so ein bisschen Mindshare, beziehungsweise die Netzwerkeffekte, wenn die erstmal in Gang getreten sind, dann sind die auch sehr schwer wieder zu brechen, egal wie stark die Konkurrenz ist. Und das zeigt Ethereum halt einfach nach wie vor. Und ich würde das Ganze so zusammenpassen, dass es die beste Adoption im gesamten Space hat und auch dahingehend Bitcoin und Solana eigentlich um Längen schlägt, was so die Nutzung betrifft. Das ist natürlich bold. Ich weiß, wie in der Redaktion dazu auch manchmal diskutiert wird. Lass das jetzt aber auf jeden Fall so stehen. Und ja, das ist natürlich sagenhaft. Also ich frage mich dann aber, also wie das sein kann, dass sich das halt alles nicht im Preis widerspiegelt. Also gerade, weil wir diese starken Entwicklungen in der Adoption im Endeffekt, ja der Mainchain irgendwie sehen. Und jetzt dann auch vor kurzem nochmal, oder ich glaube gerade diese Woche oder letzte Woche, eine Rekordzuflüsse in einem ETF-Bereich ja bei allen Anbietern eigentlich verzeichnen konnten. Und also wie erklärst du dir, dass diese hohe Entwickleraktivität, die wir im Netzwerk sehen, also im Netzwerk selbst, aber eben auch durch, naja, Two-Projekte und dieses möglicherweise vorhandene institutionelle Interesse, dass die sich da jetzt nicht im Kurs widerspiegeln. Ist doch komisch. Ja, definitiv. Das ist auch so ein bisschen die Tragödie, habe ich ja vorhin schon gesagt, so hinter Ethereum. Die beste Adoption im Space und der Kurs spiegelt das aber halt nicht wieder. Was man viel vergisst bei Ethereum ist, dass es halt die zweitgrößte Kryptowährung ist, aber auch echt extrem groß. Also bei Bitcoin ist es schon deutlich größer, aber Ethereum hat ja irgendwie auch eine halbe Billion Dollar Marktkapitalisierung. Das heißt, um dieses Asset zu bewegen, da ist auch nochmal ordentlich mehr Kapital notwendig, als jetzt einfach, um Solana zum Bewegen zu bringen. Oder Peanut, ja. Oder Peanut, genau. Ich sag mal, eine Milliarde Dollar Marktkapitalisierung klingt erstmal viel bei einem Meme-Coin sowieso, aber die lassen sich dann doch relativ leicht, auch so mit ganz normalen Geldern, also von dir, mir und 1.000 oder 10.000 weitere Meme-Coin-Anlegern erzielen. Bei Ethereum ist das nicht der Fall. Selbst wenn 10.000 Leute wie du und ich Ethereum feiern, dann reicht das längst nicht aus, um den Kurs da irgendwie in den Norden zu treiben. Auch nicht die aktuellen ETF-Lüsse, die wir sehen. Und das ist halt auch die nächste Sache. Die sind hoch, die werden vielleicht auch steigen, aber die sind noch nicht in dem Bereich, dass sie Ethereum krass weiter vorwärtspreschen lassen. Da braucht es halt auch noch mehr Kapital im Vergleich zur Marktkapitalisierung Ethereums, um da irgendwie diese Kurszuwächse zu erzielen. Und da ist dann auch ein bisschen die Frage, okay, wo soll das Geld jetzt herkommen? Und das ist so dieses Middle-Child-Syndrom, nenne ich es. Was dem Ethereum sich findet. Denn das traditionelle Geld, also die großen Investoren, die jetzt vielleicht auch in den ETF investieren würden, die sind halt noch nicht da. Und das hat zum einen mit einem Verständnisproblem zu tun. Also bei Bitcoin ist es ganz klar. Bitcoin ist das digitale Gold. Ist eingängig so, Gold ist groß. Ich kaufe dann halt die digitale Version davon. Die bewährte Mechanik ist einfach knapp und fertig. Genau. Und Ethereum ist immer das Fragezeichen dahinter. Okay, was ist es jetzt? Es gab ja hier Ultrasound Money, das Narrativ. Dann gab es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, der Depp-Store für DeFi oder der Depp-Store für den Web3-Sprays und so weiter und so fort. Also man konnte das nicht so wirklich auch den TreadFi-Anlegern pitchen. Und das Problem dabei ist ja dann natürlich auch, je länger die brauchen, um das zu verstehen, desto resistenter zeigen sie sich auch, bevor sie wirklich viel Geld da reinstecken. Ja, es ist natürlich die Frage, ob genau dieser, also Mittelchild-Effekt dann dafür sorgt, dass Ethereum überleben kann oder vielleicht einfach so überholt wird und dann irgendwie wegfällt, weil jemand anderes mit einem griffigeren Narrativ um die Ecke kommt. Ja, aber man müsste dann, also es kann natürlich sein, ich sag mal, wenn Solana dann auch, ich glaube, Solana hat aktuell 33 Prozent der Marktkapitalisierung von Ethereum, das heißt, auch da wird es jetzt immer schwerer, dass dieser Coin noch weiter steigt. Und wenn Ethereum jetzt einfach da bleibt, wo es ist, dann ist einfach nicht das Kapital da, um beide Blockchains irgendwie so in die Parität zu bringen. Das heißt, einer muss dann vielleicht wieder was abgeben. Aber genau, da haben wir halt dieses Mittelchild-Syndrom, was ich auch vorhin angesprochen habe, dass dann irgendwie die Blockchains wie Solana, die deutlich kleiner sind, oder auch so neue Projekte wie SUI, die erscheinen auch für den Alltagsanleger oder für Kleinanleger deutlich reizvoller, weil sie sich sagen, okay, bei Ethereum kriege ich vielleicht noch ein 2X-Raus, dann steigt es vielleicht hier von 3 auf 10.000 Dollar. Bei Solana, weiß ich nicht, Solana war ja noch im November 2022 bei 8 Dollar. Heute sind wir bei, also nur zwei Jahre später, 250 so in dem Dreh, kurz davor. Oder ich gehe dann halt auf Solana und versuche mich an den Meme-Coins und versuche sogar ein, weiß ich nicht, das Hundertfache oder Tausendfache von meinem Investment zu machen. Das ist deutlich reizvoller als jetzt Ethereum, wenn ich neu in den Space dazu stoße. Heikler, aber klar, er hat auch eine magnetischere Wirkung irgendwie, ganz klar. Definitiv. Das heißt, also so für die traditionellen Investoren ist man irgendwie noch zu nischig. Für die Kleinanleger ist man aber vielleicht irgendwie nicht reizvoll genug und das ist genau da, steckt Ethereum gerade noch in der Mitte. Und meiner Meinung nach muss sie einfach, oder muss die Blockchain, muss das Projekt diesen Sprung, den Bitcoin jetzt geschafft hat mit den ETFs und generell so diesem, Bitcoin ist ja sowas wie ein Makro-Asset geworden, den muss Ethereum jetzt auch noch irgendwie schaffen. Genau. Und die andere Sache ist halt einfach, dass diese ganze Layer-2-Adoption, da hat man erst mal geguckt, dass man die Skalierbarkeit hinkriegt, dass man halt irgendwie diese Gebühren absenken kann, aber man hat sich noch relativ wenig Gedanken, beziehungsweise man hat es nicht geschafft, irgendwie eine Ertragsmechanik zu implementieren, die dafür sorgt, dass diese ganze Adoption auch direkt in Cashflows für Ethereum mündet. Beziehungsweise eigentlich gibt es das. Die L2s, die bezahlen ja eine Gebühr an Ethereum, aber diese Gebühr hat man ja halt eben abgesenkt um 99%. Signifikant, ja, ja, klar. Genau, das heißt eigentlich, was jetzt passieren müsste, ist, dass die Nutzung von den L2s um das Hundertfache wieder steigen müsste, damit Ethereum wieder die gleichen Cashflows hat wie vorher, die das Projekt dann auch wieder für institutionelle Anleger interessant macht. Und das braucht halt einfach Zeit. Also wir haben es gesehen, L2s werden immer mehr und mehr genutzt, auch von großen Unternehmen, aber bis man wirklich diese Hundertfache Steigerung hat, wird man vielleicht auch noch ein paar Jährchen brauchen. Und bis dahin wird halt diese Ertragsmechanik relativ gering bleiben. Jetzt ist aber auch die Sache, dass sich da viele Leute sehr stark drauf versteift haben. Also ich sag mal, ich habe einen witzigen Tweet vor ein paar Wochen gelesen, da war es so auch im Zuge dieses ganzen Negativ-Sentiments um Ethereum. Ethereum scheint die einzige Blockchain zu sein, die nach Fundamentals bewertet wird. Weil alle anderen Blockchains genießen ja gewisserweise ein Hype, so Solana. Auch starke Fundamentals will ich jetzt gar nicht absprechen, aber halt der Meme-Coin-Hype sorgt natürlich dafür, dass Solana auch deutlich, deutlich steigt. Und eigentlich könnte man ja auch sagen, alles richtig gemacht, denn weil in ruhigeren Marktphase macht es ja durchaus auch Sinn, die weniger aufgeheizte Stimmung vielleicht dafür zu nutzen, eher zu bauen und sich eben auf die Zukunft irgendwie vorzubereiten. Das hat jetzt bei Ethereum im Grunde ganz gut geklappt. Aus Investment-Sicht ist aber natürlich jetzt trotzdem gerade die Frage, wäre es dann vielleicht gerade smarter, in irgendwelche Layer-2-Projekte zu investieren? Und wenn ja, in welche, Johannes? Ohne Financial Advice natürlich. So wie immer. Ich würde sagen, jein. Also die L2-Token, die haben so zwei Probleme. Zum einen ist es, das mit den schlechten Tokenomics, wie wir es in diesem Jahr häufig gesehen haben, ist durch große Unlocks der Bestand irgendwie verwässert wird und damit halt auch das, was ich... Gefähigt wird wieder das, was ich hätte aufbauen können. Genau, genau. Weil da halt sehr viel Venture-Capital hinter steckt, häufig hinter diesen L2s. Und die natürlich auch ihr Geld haben wollen und das dann halt über diese Tokenomics-Mechanik machen. Das andere Problem bei den Layer-2-Token ist, dass der Use-Case auch entsprechend gering ist. Also meistens handelt es sich hierbei nur um Governance-Token. Also die geben einem Stimmrechte in dieser dezentralen Organisation, wenn sie dann dezentral ist. Es gibt ja meistens eine DAO, aber da ist auch immer die Frage, okay, wie viel bedeutet meine Stimmrechte? Ja, ja. Genau, sind es dann wirklich auch die Token-Holder oder werden die vielleicht nicht sogar übergangen, was dann sogar auch noch diese Stimmrecht-Wert irgendwie wegnimmt? Ja. Und ja, dadurch, dass diese Token halt irgendwie auf der Blockchain manchmal oder meistens auch keine realen Funktionen erfüllen, haben sie auch keine wirklichen, weiß ich nicht, substanziellen Kaufgrund. Also so die Gebühren zum Beispiel, die werden auf diesen L2s überwiegend in Ethereum bezahlt. Es gibt einige, die haben sich da spezialisiert, aber so auf den großen zahlt man halt noch in ETH. Das spricht wieder für Ethereum, dass man halt Ethereum kaufen muss, um überhaupt Transaktionen machen zu können. Und ein anderes Problem ist halt auch, dass die regulatorische Lage das bisher nicht ermöglicht hat, diese Nutzungsgebühren, die dann die L2s tatsächlich erwirtschaften, auch in Form von einer Dividende irgendwie an die Token halt da weiterzugeben. Ja, weiterzugeben einfach, na klar, ja. Wie man das jetzt irgendwie aus einem gewöhnlichen Geschäft kannt. Ja, okay. Genau, aber ich glaube, das habe ich ja vorhin auch angesprochen, dass der Wechsel in der Regulatorik, zumindest in den USA, bei uns ist es ja, steht auch wieder so ein bisschen auf der Kippe, aber das ist ein anderes Thema. Gibt es übrigens aber ein sehr, sehr, sehr interessantes Video dazu. Können wir euch vielleicht nochmal verlinken unten in den Shownotes oder wenn YouTube dann hier oben irgendwo in der Ecke. Das stimmt, ja. Genau, ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, quasi, dass wenn sich diese regulatorische Lage wirklich so entwickelt, wie viele das erhoffen, dann könnte das wirklich auch zu einem Boom bei Layer-2-Token, aber auch im DeFi-Sektor sorgen, weil eben genau diese Ertragsmechaniken dann wieder gegeben sind, diese Dividenden, die ausgezahlt werden. Johannes, erstmal vielen lieben Dank für alle Erklärungen, die du mir jetzt hier geliefert hast. Ich habe enorm viel gelernt und bin aber trotzdem auch noch nicht wirklich schlauer geworden, was jetzt meine angedachte Rebalancing-Frage angeht. Also, soll ich jetzt meine Bitcoin verkaufen, um die in Ether zu stecken? Bringt mir das was? Und, ja, wird Ethereum jetzt in diesem Bullrun diese, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, aber mit dieser 10K, also wird Ethereum an die 10K-Marke rankommen? Das alte Allzeithochdurchbrechen und sich dann jetzt, stand jetzt, glaube ich, grob verdreifachen? Ja, ganz knapp. Nee, ein bisschen mehr noch. Da bräuchten wir jetzt eine Verdreifachung. Passiert das? Und wenn ja, dann wann? Oder bei die Fische? Ja, also eine Glaskugel hat niemand und dementsprechend kann ich natürlich auch keine Garantien geben. Meine persönliche Einschätzung ist aber, dass ich auf jeden Fall nahe der 10K-Marke sehe, weil auch wenn es schwer ist, das Asset zu bewegen, glaube ich trotzdem, dass es sich bewegen kann. Es macht kein 5X mehr in diesem Bullrun, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da ist auf jeden Fall noch reichlich Wachstum gegeben, auch aufgrund der Sachen, die wir heute genannt haben. Also der massiven Layer-2-Adoption, den Entwicklungen, die noch am Horizont stehen und vielleicht auch der Tatsache, dass Ethereum jetzt so ein Contrarian-Play geworden ist, so ein Trade, wo du sagst, okay, der Sentiment ist gerade so schlecht und Ethereum so schlecht kann es doch gar nicht sein bei all diesen guten Fundamentals. Hier ist eigentlich auch ein gutes Risiko- oder Risk-Reward-Chance-Risiko-Verhältnis ist es ja im Deutschen gegeben. Alle fokussieren sich gerade bis auf Bitcoin, auf Solana. Das heißt, hier könnte ich vielleicht auch, da habe ich eine Chance einzusteigen und dann gute Gewinne auch mitzunehmen, wenn ich das vielleicht aktiv trade, etc. Ich glaube, es hängt natürlich auch von anderen Sachen ab, zum Beispiel das Staking bei den ETFs. Die ETFs, die sind ja aktuell noch so aufgestellt, dass sie wie bei Bitcoin einfach, man kann den ETF kaufen oder verkaufen. Die typische Security-Debatte eigentlich ja, die in den USA irgendwie diskutiert wurde. Genau, also das heißt, sobald das Ding Staking hat, kann es natürlich sein, dass es dann auch für Trade-Verinvestoren wieder attraktiver wird und plötzlich haben wir unsere Zuflüsse, die wir jetzt irgendwie lange gesucht haben und dann reden vielleicht auch die wenigsten noch darüber, dass Ethereum irgendwie kein Kapital anziehen kann, wie auch immer. Oder kein Narrativ hat. Scheißegal, wenn es Dividende gibt. Ja, genau, also wie gesagt, ich glaube, dass dieses Sentiment-Loch, das kann genutzt werden und ich habe auch schon On-Chain-Daten gesehen, die zeigen, dass Ethereum-Wahle auch wieder anfangen, Ethereum zu akkumulieren. Das muss sich natürlich fortsetzen, dass das nicht nur so ein Short-Term-Trade wird, sondern jetzt auch längerfristig steigt und gewissermaßen sind wir damit halt auch irgendwie an so einem sehr entscheidenden Punkt in diesem Bullenmarkt für Ethereum, weil wir haben es gesehen, wir kommen jetzt in diese Phase, wo Altcoins steigen, die eigentlich auch, wo man nicht wirklich sagen kann, warum ist das jetzt 300% gestiegen? Ja, überraschend ist, ja, klar. Genau, also das hat der Raoul Pal, das ist so ein Makro-Investor, die Banane-Zone genannt, wo die Kurve eigentlich immer nur wie so eine Banane parabolisch nach oben zeigt. Der Hockey-Stick irgendwie. Der Hockey-Stick, genau. Da befinden wir uns jetzt gerade drin beziehungsweise kommen wir jetzt so ein bisschen rein. Das heißt, eigentlich müsste auch Ethereum so von dieser Euphorie getragen, anfangen zu performen. Und falls nicht, kann es halt wirklich gut möglich sein, dass der Coin in diesem Zyklus nicht mehr die benötigte Nachfrage findet, um eben diese relative Outperformance vorzuweisen. Also ich glaube schon, dass er auf 10k steigen könnte zum Beispiel, aber halt trotzdem irgendwie sich dieser Trend, den wir im Bitcoin und im Solana-Chart von angesprochen haben, weiter fortsetzt. Also dass die beiden einfach bessere Investments bleiben. Anleger können sich natürlich auch immer fragen, also ist der Markt hier einfach irrational. Also Ethereum ist gewissermaßen vielleicht auch überverkauft oder das Sentiment hat halt wirklich so ein schlechtes, so einen tiefen Punkt erreicht, dass der Chance-Risiko fällt, dass es einfach auch wieder gut wird. Und jetzt braucht es so ein bisschen den Katalysator. Also Bitcoin hatte jetzt Donald Trump, der sich ganz klar für Bitcoin ausgesprochen hat. Solana hat die Meme-Coins, die jetzt einfach brutal steigen und jeden irgendwie auch auf die Solana-Blockchain bringen. Und Ethereum braucht jetzt so etwas Ähnliches. Und da wird sich jetzt zeigen, können diese Entwicklungen wie das Update, was im ersten Quartal kommt, oder auch die Ethereum ETFs, können die zu sowas führen. Eine andere Sache, die ich auch im Blick habe, ist die DeFi-Renaissance, also so das Wiedererwachen des DeFi-Sektors, eben auch aus den Gründen, die wir oben genannt haben. Aber es ist halt eher so ein bisschen rational halt, Also nicht so wild, nicht so getrieben, nicht so clicky, sage ich mal, mit einem guten Tech-Update um die Ecke zu kommen, als wenn man halt irgendwie eine Armada von Meme-Coins oder einen US-Präsidenten auf der Seite hat. Da bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, das wird auch tatsächlich das stärkste Argument von Ethereum sein, weil ich glaube, das wollen die Black Rocks und die Franklin Templetons dieser Welt, also die Leute, die sich aktiv mit der Tokenisierung von Real-World-Assets beschäftigen, die wollen die programmierste oder programmierbarste, sicherste und dezentralste Blockchain, die es gibt, dafür benutzen. Und die haben meiner Meinung nach auf jeden Fall Ethereum ins Auge gefasst. Und wenn dann die Leistungssteigerung und die Nutzerfreundlichkeitssteigerung kommen, die wir hier auch angeteasert haben, die Ethereum immer wieder anteasert, dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum dieses Asset nicht die nächsten zehn Jahre auch noch weiterhin am Markt dominant sein soll. Yes. Okay, cool. Ich glaube, damit können wir es ganz gut abschließen. Und normalerweise gibt Stefan, so Lübeck, übrigens, der ist heute nicht da, weil der krank ist. Also der hat sich krank gemeldet. Der liegt flach, der gute Mann. Wir haben ihm natürlich gute Besserung gewünscht und tut ihr da draußen das auch. Normalerweise kommt der ja jetzt immer mit Kurszielen nochmal um die Ecke und damit können wir dann jetzt heute leider nicht so richtig dienen. Aber wir haben den Basti von Bitbull gebeten, eine kurze Analyse bei uns für die Website zu schreiben und diese Analyse müsste jetzt mittlerweile schon auf der Seite sein. Wenn nicht, dann ist sie das bestimmt gleich, wenn ihr das jetzt hört. Also heute Abend auf jeden Fall nochmal die BTC Echo Website checken und da findet ihr dann die Analyse und natürlich auch noch viele weitere spannende Artikel. Und ein ganz wichtiger Hinweis vielleicht noch an dieser Stelle und sehr gut passend zu der heutigen Folge. In der vergangenen Woche ist der aktuelle, ja also immer noch aktuelle Ethereum Report rausgekommen. Titel ist Optimism ist die Superchain Ethereums Ass im Ärmel und da hast du auch mitgeschrieben, Johannes. Kannst du da einmal so eine kleine Preview geben, was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie dort vorbeischneiden? Ja, auf jeden Fall. Du hast die Frage ja vorhin gestellt. Lohnt es sich vielleicht jetzt eher in L2-Token zu investieren, wenn die gerade so krass steigen? Und ich habe ja gesagt, jein. Es kommt immer darauf an, welche Projekte und in diesem Report stellen wir quasi eins vor, das durchaus investierbar wäre. Zumindest irgendwie ein sehr starkes Ökosystem und Fundamentals vorweist, die wir dann auch zeigen. Was genau bei rauskommt, das müsst ihr dann selbst erfahren. Aber ja, darum geht es auf jeden Fall. Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank dir, Johannes. Und noch ein letzter Hinweis. Alle unsere Artikel und unsere Podcast-Folgen und seit letzter Woche auch die Reports findet ihr natürlich auch bei uns in der BTC Echo App. Mit viel weniger Werbung nimmt wirklich, finde ich jedenfalls, tollen Design und sogar noch Widgets für die Kurse, die ihr auch selber aussuchen könnt für das Widget und Newsartikeln ohnehin. Ja, ich glaube, das war's. Also, vielen lieben Dank fürs Einschalten euch heute. Mir hat es total Spaß gemacht mit dir, Johannes. Ich habe, wie gesagt, viel mitnehmen können. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ich würde sagen, wir wünschen euch einfach einen guten Start in die Woche, oder? Jo, macht's gut. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.